Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ein wunderschönen Morgen vom 11. Januar 2017. Es ist Mittwoch und euch begrüßt wieder Martin Rechsteiner, Adpokipsi auch in diesem Internet, hier im Geek Talk, dem Daily-Format. Ich habe gestern schon um einen Tag verspätet eine Gradulation rausgehauen. Der Tradition folge ich heute wieder, denn gestern am Dienstag wurde der Geek Talk, das Mutterformat, zumindest in der Neubesetzung mit dem Neustart, sechs Jahre alt. Eine lange Zeit eigentlich in diesem digitalen Weltdingens da. Aber heute geht es wieder um tägliche Themen aus der Tech-Welt. Ich habe zum Beispiel AltaBad mit dabei, ich habe Parrot mit dabei, SwissGaloppers, Facebook-Video, Fitbit in Shopping-Laune, Windows 10, Wiki und Samsung. Ja, eine Legende, eine Internetgröße stirbt, obwohl Grösse das falsche Wort ist, weil in letzter Zeit hat die liebe Frau Meier das Unternehmen doch ein bisschen kaputt gewirtschaftet. Es gab Wochen, da mag sich der Achim sicherlich noch erinnern, haben wir im Geek Talk in den News-Folgen wöchentlich was über die Frau Meier drin gehabt. Irgendwann ging das zurück und auch zurecht, weil, ja, eben. Auf dem Fall, aus den Resten von Yahoo wird AltaBad. Was genau und wie es da weitergeht, werden wir natürlich verfolgen. Sehr, sehr schade um den Namen, sehr schade um alles drumherum. Aber eben, wer nicht mit der Zeit geht, der geht halt mit der Zeit. Wir haben Neuigkeiten vom Drohnenhersteller Parrot. Parrot macht ja nicht nur Drohnen, auch diverse andere Geschichten. Aber im Bereich Drohnen werden sie fleissig sparen, denn sie haben knapp ein Drittel ihrer Mitarbeiter, werden sie entlassen. 300 an der Zahl sind das. Und circa 150 sind da in Frankreich. Der Rest ist nicht angegeben. Da Parrot auch unter anderem sich ja in der Schweiz eingekauft hat. Schweiz ist ja generell im Bereich Drohnen ein sehr grosses Land. Ja, hoffe ich, dass da nicht allzu viel sind, weil man weiss auch von den Zahlen her, dass circa 11 Millionen vom Gewinn, die 60 Millionen, die das erwirtschaften, aus dem Bereich des Nicht-Privaten, also nicht der Endkunden, kommt. Und das ist ja der Bereich, den eben die Schweiz betrifft. Und 49 Millionen kommt aus Erlösen von eben den Endkundenprodukten. Aber ja, Daumen drücken und mal schauen, wie es da weitergeht. Dann hatten wir gestern ein Thema mit drin, die Milchpumpe, die wir gestern hatten. Wenn man denkt, es kann nicht kurioser werden, kommt es daher. Diesmal eine Schweizer Erfindung. Hufschuhe. Ja, was das genau ist, könnt ihr euch in den Shownotes anschauen, auf daily.geektalk.ch. Da haben wir einen Link drauf gesetzt. Sehr spannend. Mich hat es gewundert, dass da nicht noch was Smartes mit drin ist. Ja, aber auf jeden Fall Hufschuhe. Wer es braucht, Reiter unter euch, werden es vielleicht nutzen können wollen. Oder auch eben nicht, wie auch immer. Facebook wird bald Werbespots in ihren Videos schalten. Zumindest ist das angedacht, dass nach 20 Sekunden zukünftig Werbung kommt. Und da möchte Facebook auch, ähnlich wie es YouTube macht, den Erlös, den sie dadurch generieren, mit denjenigen, die die Videos, also den Content produzieren, teilen. Und das ziemlich 50-50. Wird interessant. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin dafür offen. Mal schauen, was passiert. Ich mag mich erinnern. Ich bin nicht mehr sicher, ob es vor zwei oder sogar drei Jahren waren. Da durfte ich an der Baselworld eine der grössten Uhren messen. Ich sehe gerade 2015. Vektor kennenlernen. Vektor ist eine Smartwatch, die ziemlich langen Akku hat. 30 Tage haben sie damit geworben. Und ich habe leider nie so eine Uhr im langeren Test haben können. Auf jeden Fall hat Fitbit die jetzt aufgekauft. Nachdem das sie Pebble gekauft haben, die ja auch relativ angenehme Akkulaufzeit haben, von zumindest einer knappen Woche, gehen sie jetzt nochmals einen Schritt weiter. Das wird spannend, was da von Fitbit in näher Zukunft dann vielleicht noch kommen mag. Dann gehen wir über zu Windows. Windows 10. Da kommt ja im April diesen Jahres das nächste Update, sprich das grössere Update für die Windows 10 Geschichte. Und da wird sich im Thema Update auch einiges tun, denn es gibt nichts Nervigeres als ein Auto-Update. Quasi wenn man morgen ins Büro kommt, Computer reinschaltet und zuerst mal wieder einen Kaffee trinken darf. Und da soll sich einiges bessern. Was genau das ist, das werden wir dann spätestens dann sehen. Oder all diejenigen, die im Insider-Programm bei Microsoft mit dabei sind, können das jetzt schon austesten mit der Beta, die draussen ist. Ja, Nokia kommt ja zurück mit einem Telefon, wie wir gehört haben, nicht hier in Schweiz, Deutschland, Österreich. Sie sind auch andersweitig tätig gewesen in den Jahren. Anscheinend haben sie an einem eigenen Sprachassistenten gearbeitet, so wie Alexa, Siri und Google Now etc. Und wie könnte das der Name nicht anders sein, als bei einer Firma, die aus dem hohen Norden kommt. Ich beginne gleich mit mit Singen. Hey, hey, Vicky. Ja, Vicky nennt sich das Ganze. Zumindest der Antrag wurde gestellt, auf Namensschutz, also die Schutzmarke Vicky zu beantragen. Mal schauen, ob es durchkommt. Und ja, dann halt noch ein Assistent, der mit euch quatschen möchte. Oder eben mit euch nicht, weil nicht hier in Europa. Aber ja, Samsung arbeitet an sehr vielen Dingen, unter anderem auch an Akkugeschichten. Ist jetzt zwar ein bisschen heikel, nach dem letzten Jahr über Akku bei Samsung zu sprechen, auf jeden Fall arbeiten sie auch an Autobatterien, sprich solche für Elektroautos. Und da wollen sie jetzt einen Akku erschaffen haben, der innerhalb von 20 Minuten so fest aufgeladen werden kann, dass man 500 Kilometer weit fahren kann, sprich bis zu 80 Prozent geladen, also Schnellladefunktion. Klingt doch ziemlich spannend. Ich kenne mich jetzt bei Tesla und Co. den deutschen Marken nicht genau aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Dezenten ein bisschen länger brauchen, bis es geladen ist. Wer es ja auskennt, falls dem nicht so ist, bitte in die Kommentare oder über Social Media. Bin ich gespannt. Ja, morgen ist dann der Donnerstag und ich habe sicherlich wieder einiges Neues für euch. Also hoffe ich doch. Wir werden es sehen. Ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn es soweit ist. Und wie immer freuen wir uns auf eure Rückmeldungen. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.